Auf Verkehrseinschränkungen müssen sich Autofahrer am Wochenende in der Teschenstraße einstellen. Wie das Bürgeramt informiert, ist sie wegen der Sanierung von Straßenschäden am Samstag und Sonntag halbseitig gesperrt. Die Zufahrtausrichtung Sprenberger Brücke ist möglich, die Zufahrtausrichtung Altstadt ist gesperrt. Eine ausgewiesene Umleitung führt über die Alte Berliner Straße und die Elster Straße.